Ah, mein Kopf tut weh. Wo bin ich hier? Und warum bin ich hier? Ich sollte mich mal umschauen. Hier muss doch irgendwo ein Haus oder sowas sein. Oh nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann, ich hab den ganzen Tag diese scheiß Insel durchsucht, aber hier ist rein gar nichts. Oh, was ist das? Hallo Herr Harte, wir haben einige Fragen an Sie. Hier kommt auch schon die erste. Machst du in Zukunft mehr Verarschungen von Werbungen? Oder kommen in Zukunft andere Videos? Was ist das denn für eine Frage? Deswegen wurde ich auf Sony Insel verschleppt. Da antworten Sie einfach nur die Fragen. Na gut, also ich denke, es werden noch alles mögliche an Videos kommen. Parodien also auch, aber nicht nur. Was ist besser, GTA oder Minecraft? Ich würde sagen GTA. Minecraft ist zwar ganz nett, aber GTA macht einfach mehr Bock. Wenn GTA 5 auskommt, gibt's dann einen Channel DER GTA 5 Hatter. Kontrollzeichen, Kontrollzeichen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Magst du Kekse? Ja, und ich mag dumme Fragen. Wie alt bist du? Wie bist du auf den GTA 4 Hatter gekommen? Zeigst du mal deine echte Stimme? Schielst du auf Laptop oder PC? Was ist deine Lieblingsfarbe? Geld oder Liebe? Ich bin 16. Auf den GTA 4 Hatter bin ich gekommen. Weil ich zuerst versucht habe, die Hattermaske in GTA 4 zu bekommen. Und als das geklappt hat, habe ich halt mit den Videos angefangen. Ob ich meine echte Stimme mal zeige. Keine Ahnung, wenn es irgendwann mal passen sollte, aber keine Ahnung. Ich spiele auf PC. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Geld muhahaha, Geld, 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 Eier. Hast du ne PS3? Wenn ja, kann ich dich an. Hast du Stern? Wenn ja, kann ich dich an. Auf welchen Settings spielst du Tag 4? Wie lange brachst du ungefähr für ein Video? Warum muss ich dir den Quatsch per PM schicken? Magst du Züge? Nein, ich hab keine PS3. In Stern heiße ich 736 CHR IS 736. GTA 4 spiele ich auf niedrigen Settings, aber zum Exportieren des Videos auf hohen. Für ein Video brauche ich ungefähr 1 bis 2 Stunden. Du musst mir das per PM schicken, weil die Salamitechnologie sonst nicht funktioniert. Ich mag keine Züge, weil die mich immer töten. Bist du weiblich oder männlich? Doppel.o magst du GTA XD Max die Arbeit für GTA 4 Hatter? Doppel.o magst du die Außenseiter? Bis von. Seit wann bist du bei YouTube? Magst du Anonymous XD und welcher Hatter ist dein Lieblings Hatter? Plus. Männlich natürlich. Ja, ich mag GTA. Ja, die Arbeit mag ich auch. Ja, die Außenseiter gucke ich ab und zu. Ich bin auf YouTube seit dem 10.10.2010. Ja, ich mag Anonymous. Mein Lieblings Hatter ist Hatter offiziell. Schinken oder Käse? Du lustmal Sterne AAAAWWW Stern. Schinken. Lecker Menschenfleisch. Wäre es besser aus deiner Sicht? Du Genuken oder Cucknauris? Natürlich mein Vater. Cucknauris. Was würdest du tun, wenn du ein rosa Elefant in einem Paralleluniversum voller nuklearer Sprengkörper und Picachos wärst, und du müsstest die Welt trennen? Ich würde die Atombombe zünden, was sonst? So das waren jetzt ja alle Fragen, also macht's gut ihr Säcke. Ich würde die Atombombe zählen.